Ich durfte theoretisch aber kein Item verloren haben, weil ich war im fucking Haus sogar. Die Energie ist dementsprechend angeschlagen. Stadt, Kuss, äh... So. Mal sie an. Tchuuu! Tchuuu! Gesundheit, Paul. Danke, Paul. Bitte, Paul. Uh, warte mal. Da hab ich direkt mal auf mein privates Handy geguckt, weil ich meiner Schwester heute Morgen geschrieben hatte und ich wollte gucken, ob die mir eventuell geantwortet hat. So. Gut. So, hier, da. So, Pferdchen. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde sagen, sofort heute Wüstenhöhle. Aber ich muss schon wieder niesen. Tchuuu! Gesundheit, Paul. Danke, Paul. Bitte, Paul. Wer debattiert denn da schon wieder über mich, dass ich niesen muss? So. Okay. Direkt Wüstenhöhle. Ah, von wegen direkt. Sie ist noch gar nicht da. Hehe. Ja, warte, dann mach ich folgendes. Ich komm gleich wieder, schnellstmöglich. Dann mach ich wenigstens hier noch das. Wobei das eigentlich fies ist, aber... Wie gesagt, die anderen Tiere lassen wir dann erstmal. Da ist einiges fertig. Äh, wie sieht das hier aus? Nein, war ja klar. So. Dann reite ich hier rum. So. So. Und so. Kurz vom Pferd absteigen. Eben, wow, Alter. Hier alles absammeln. Den Scheiß direkt raus. Den Scheiß direkt raus. Warte mal, hier war glaube ich auch noch. Ich meine, wenn man das sieht, kann man das auch direkt beseitigen. So, jetzt kommt sie aber gleich. Mit dem Bus. Oh, fuck it. Die sind fertig. Ja komm, die zupfen wir noch schnell raus. Eigentlich müssten wir dann noch neue pflanzen, aber dann hätte sich das schon wieder mit der Wüstenhöhle erledigt. Wobei das Pflanzen eigentlich schnell geht, aber dann fehlt trotzdem Zeit in der Wüstenhöhle. Das mit der Wüstenhöhle ist sowieso irgendwie dämlich, ey. Ich sag ja, das kannst du am besten machen, wenn du diesen Stab da hast für zwei Millionen. Das Problem daran ist aber, dass wir diese zwei Millionen noch bei weitem nicht haben. Das wird auch noch dauern. Das wird auch noch dauern. Das wird noch dauern. trotzdem anpflanzen oder ich weiß es nicht in die höhle gehe ich jetzt aber nicht ach ja die sternfrüchte müssen ja auch nach unten ja komm warte mal vielleicht doch vielleicht planänderung was will ich jetzt hier die kiste ist falsch so sternfrüchte dann hier zack 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 und da ist noch was da rein muss dann der spaß der spaß und der spaß der spaß ist für den kühlschrank dann eben so dann jetzt eben erst schnell einpflanzen wie gesagt vielleicht planänderung vielleicht machen wir dann morgen wüstenhülle ich glaube es besser dann können wir uns aber auch um die tiere kümmern dann ist auch egal das macht den brei dann jetzt auch nicht mehr dick wenn wir dann in der wüste sind können wir theoretisch auch direkt wieder saat holen also ja wenn wir dann morgen in der wüste sind wir können aber auch zweimal hin theoretisch wir können auch gleich noch hin aber ja wenn ich mich jetzt um die tiere wieder gekümmert habe und so dann ist das thema durch weil dann müsste er auch schon feierabend haben so okay 21 haben wir noch so warte dann direkt die samen runterbringen ach die samen soll schon die früchte meine fresse so dann direkt mal die früchte hier rein scheppern so gut kümmern wir uns halt auch um die tiere warte wenn ich jetzt hier unten bin vielleicht kaufen wir fressen vorausgesetzt mani ist da dann machen wir das auch direkt wie gesagt dann ist der tag halt anders dann machen wir das halt eben morgen mit der wüstenhöhle ist ja auch okay gut sie ist da shane ist auch da aber ich glaube wir kommen bei shane nicht rein weil wir noch nicht genug befreundet sind aber wie gesagt dann besuchen wir ihn in der kneipe wenn wir sowieso äh schwiegermutter ihr geschenk geben und mit der quatschen ich würde mal wieder sporadisch 1000 kaufen weil man sich eben tottippt manche dinge ändern sich halt eben nie im let's play oh da bin ich auch sehen wo ich den finger wechseln wollte auf die b-taste gekommen ob da bin ich Yippie, yippie, yippie. Tippie, tippie, tippie. Na, 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 na. Batman. So ist das. So nicht anders. Ich habe morgen einen privaten Termin. Das kann ich während ich je tippen, muss man eben erwähnen. Bin ich ein bisschen nervös, tatsächlich. Ich hasse sowas. Ich hasse auch Ungewissheit und das ist so ein Termin, der bringt Ungewissheit mit sich. Ich hasse Ungewissheit. Das ist echt ein unschönes Gefühl. Ich sehe es schon kommen, ich werde... Deswegen ist es auch gerade gut, vielleicht, dass ich einen Let's Play aufnehme. Weil ich werde mich echt schwer ablenken können. Weil ich jetzt schon seit drei oder vier Tagen eigentlich diesen scheiß Termin die ganze Zeit im Kopf habe. Ja, mal gucken, wie ich heute Abend schlafen werde. Ich glaube, wenn der Termin... Egal wie der Termin morgen läuft, sobald er hinter mir ist, wird eine Last abfallen. Auch wenn er schlecht läuft. Wenn er schlecht läuft, werde ich mich halt aufregen, aber... Ja. Ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein, was das für ein Termin ist, aber... Vielleicht irgendwann mal. Das ist halt was sehr Privates. Ich habe eigentlich nichts verheimlichen, aber irgendwie möchte ich da gerade über diesen speziellen Termin erstmal nicht reden. Da kickt auch so ein bisschen der Aberglaube. Ich gucke jetzt trotzdem, ob man bei Shane so reinkommen könnte. Nö. Du bist nicht gut genug mit Shane befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Ja, schade. Aber wie gesagt, ist sowieso Burscht, weil den Burschen werden wir zwangsläufig eh besuchen. Warte mal. Ich werde mal die Samen eben kurz hier runterpacken. So. So. Hätten wir das Futter. Wie gesagt, dann ist der Tag halt heute so, wie er jetzt ist. So, so, so. So, 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 so. Traladi, tralala. Und hosshasan. Ein Heubein. Und 999 Heubein. So. Ja, ist halt nicht die Welt. Aber besser als gar nichts. Ja, hallo Schweinies. Ich weiß immer noch nicht, was ich den Bürgermeister da schenken soll. Bei dieser Wichtelei. Weil ich halt gar keine Ahnung hab, was der Charakter mag oder nicht mag. Ich habe halt gar keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Vielleicht irgendwas Allgemeines schenken, wie ein Bier oder einen Diamanten oder irgendwie sowas. Vielleicht mag der das ja. Weiß ich aber auch nicht genau. So, eine Ziege habe ich ja gerade erwischt, aber welche das war, sehen wir gleich. Okay, sie war es. Und die da oben. Warum auch immer sie traurig an der Wand steht. Warum auch immer sie da so traurig an der Wand steht, das kleine Mäuschen. Nein, auch wenn das verführerisch ist, Milch zu trinken. Naja, außer man ist Unge. Der spaßt. Da mag man das nicht. Milch ist Gift, seine Mama ist Gift. Aber seine Mama kann da nichts für. Oder um Flair zu zitieren aus einem Rapsong. Respekt an deine Mom, ich sag nur Huren, so symbolisch. Was nicht heißt, dass ich das jetzt zu Unge sage. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich diese Punchline irgendwie gut finde. Respekt an deine Mom, ich sag nur Huren, so symbolisch. Aber das ist aber auch irgendwie wirklich so, ne. Heutzutage wird so mit HS um sich geschmissen, dass das halt irgendwie, ja, an Härte verloren hat. Irgendwie. Was aber auch gut ist. Naja, außer man ist irgendwie südländische Abstammung oder so, dann geht man da immer noch sehr steil drauf. So. So, raus hier. Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Doch, 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 hier war ich darin. Ich bin ja so rumgeritten. Ja, 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 ja. Ich bin ja so rumgeritten. Gut. Da bin ich grad dann doch leicht durcheinander gekommen, Hammer. So ein Ärgernis oder auch. Aber dank unserem Pegasus sind wir recht flott unterwegs, um im Notfall nochmal nachzugucken. So. Und das passiert schneller als man glaubt tatsächlich, wenn man zockt und dabei quasi kommentiert. Schwierig. Kann euch aber jeder Streamer und Let's Player bestätigen. Das bedarf halt auch viel Erfahrung, dass es halt besser wird. Zum Beispiel so ein Gronkh, der ist ja mittlerweile natürlich hart geschult. Und selbst dem passiert sowas halt auch noch. Was ja normal ist. Ähm. Ja. Aber, äh. Wie gesagt, das wird einem jeder bestätigen können. Auch. Simon Kretschmer von den Rocket Beans hat das schon öfters mal gesagt. Das ist gar nicht mal so leicht. Kommentieren. Am besten dann auch noch unterhaltsam kommentieren und spielen und auf alles achten. Das ist manchmal koordinationstechnisch echt schwierig. Also Respekt an all diese Let's Player Legenden. Und wer sagt, dass zum Beispiel ein Gronkh oder ein Simon Kretschmer keine Legende ist, der ist ganz schön respektlos. Gerade die Leute bei Rocket Beans, also Etienne und Simon und Puli und so. Ich meine, das sind so nur Urgesteine. Die sagen nur GigaTV, dann Game One. Das ist krass. Liebe ich die Jungs. Wie aber eigentlich fast jeder in Deutschland, glaube ich. Der irgendwie mit Gaming groß geworden ist. So. Oh ja, ich sehe mich halt Let's Play technisch noch als Anfänger, ganz klar. Ähm. Mir mangelt es dann noch ein bisschen an Erfahrung, dass es besser wird. Deswegen ist man halt auch sehr oft so durcheinander und verwirrt. Das macht man logischerweise gar nicht mit Absicht. Das ist einfach... So, gut. Dann Rasmolius, dann Kneipe. Rasmolius, dann Kneipe. Ach komm, die will mal ignorieren wir jetzt mal. Die ignorieren wir jetzt mal. Da unten die Obstbäume, ob die vielleicht nochmal umziehen oder so, weiß ich nicht. Erstmal stören die dann nicht, die können da ja erstmal stehen bleiben. Vielleicht kommen die auch irgendwann ganz weg. Aber es ist eigentlich geil, die Obstbäume zu haben. Oh. Hast du den auch noch offen? Tatsächlich ja. Schade. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die vielleicht den Kuchen hat. Ich weiß nicht, ob man den Kuchen kaufen kann oder ob man den wirklich nur per Rezept zubereiten kann. Das ist halt so die Frage. Weil wenn ich den kaufen kann, würde ich den auch kaufen. Dann könnte ich mir auch erstmal das Ding mit Pierre sparen. Ich war vor langer Zeit verheiratet. Nachdem meine Frau und ich uns getrennt hatten, begann sie damit durch die Gegend zu fliegen und jeden zu verfluchen, den sie gesehen hat. Das wissen wir ja bereits. So. Eine Essenz für den Herrn. Hier, mein Freund. Nein. So. Das haben wir. Der hat seine zwei Geschenke für die Woche. Plus gequatscht jetzt zu Pam und Shane. Und dann ist der Stardiotag quasi auch schon wieder hinüber. Aber... Dann können wir morgen eigentlich wirklich mal in die Wüstenhöhle. Wüstenhöhle. Wirmlies. Da habe ich jetzt auch komplett den Kokolores zusammengeritten. Und, weil ich ja immer gesagt habe, hier ist Stardiot Valley Speedrun und so. Ich habe tatsächlich nachgesehen. Es gibt Speedruns und verschiedene Kategorien. Eine Kategorie ist beispielsweise, dass du eben schnellstmöglich das Gemeindehaus fertig bekommst. Unter anderem. Dann gibt es noch Joja Person. Da habe ich mich jetzt aber nicht weiter genau mit beschäftigt. Aber ich denke, dass es dann halt alles mit Joja erreichen. Eben das Gegenteil von Gemeindehaus fertig machen. Ja, nö. Shane. Ah doch, da unten ist er. Na, Schwiegermama. Meine Herzallerliebste. Schwiegermama. So. Yo, Gas. Gib mir noch einen. Ah ja. So, dich haben wir. Sehr schön. So, die haben wir dann auch bald. Voll mit Freundschaft. Wie sie hier alle abhängen. So. Dann kriegt der liebe Shane noch eine Pizza. Hast du keinen Job oder sowas? Mann, ey. Jetzt sei doch mal nicht so rau, Bruder. So. Shane, wo ist er? Irgendwo unten. Da. Gut. Ein Herz haben wir bei ihm schon mal. Acht brauchen wir. So. Gut. Das haben wir. Boah. Sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt, dann machen wir morgen den Wüstentag. Weil ich so die Wüste mag. Wenn ich jetzt eh schon mal hier bin. Dann kann ich jetzt aber auch noch, wie gesagt, Stadiotag ist eh im Arsch. Noch eben beim Krobus vorbeigucken. Beim lieben Krobus. Hallo Krobus, mein Freund. Was hast du denn schönes? Na komm, die nehmen wir mal. Sicherheitshalber, weil ich nicht weiß, wie lange das mit Rasmodius noch dauert. Und ansonsten, das hätte ich halt gerne eh. Zwei Millionen, aber ne. Hier. Der goldene Griff lebt mit unwendiger Macht. Haltet diese Scepter zum Himmel, um auf Wunsch nach Hause zurückzukehren. Das brauchen wir unbedingt. Unbedingt. Führt eigentlich so gut wie gar kein Weg dran vorbei. Weil, ja. Ich sag ja, in der Höhle ist das nützlich ohne Ende. So.